Hallo, ich bin Michael, ich arbeite eigentlich als Grafikdesigner bei Focus Brand Contact und wie die Sabrina schon angesagt hat, mache ich seit mehreren Jahren eine eigene Art von Illustration praktisch. Ich habe meinen eigenen Stil entwickelt und man kann es am ehesten noch als Digital Abstract Art bezeichnen und ich möchte euch mal ein bisschen was zeigen, was ich so mache. Ich habe am Anfang mal einen kurzen Film dabei, was ein Überblick von Arbeiten aus den letzten Jahren ist, die relativ schnell zusammengeschnitten wurden. Nur, dass man mal so einen Eindruck bekommt, weil ich glaube, der Begriff an sich bringt das nicht wirklich rüber. Also, was ihr hier seht, das sind größtenteils gemischte Sachen, die sind nicht chronologisch geordnet, aber das sind einfach Sachen, die in der Zeit entstanden sind. Und ich habe ganz viel rumexperimentiert mit dem Stil und habe irgendwann auch meine Nische gefunden praktisch und glaube, ich kann behaupten, dass ich was mache, was relativ noch einzigartig ist. Es gibt zwar viele vergleichbare Sachen, aber das grenzt sich immer ein bisschen ab und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil es ist in der heutigen Zeit nicht mehr so leicht, eine Nische zu finden, gerade im Designmarkt. So, nur ein paar Impressionen. Ich erkläre euch gleich noch ein paar Arbeiten natürlich genauer. Ja, Musik gab es nicht, aber theoretisch wäre eine dabei gewesen. So, haben wir abgestellt. Ich glaube, man kann die Arbeiten, die ich mache, so grob in drei Bereiche gliedern. Das erste wäre Freestyle. Ich habe es mal Freestyle genannt, weil es ziemlich freie Sachen sind. Das ist noch am ehesten das, was in die Kunstnische, glaube ich, fällt. Das sieht in etwa dann so aus. Das sind einfach Sachen, die ich mache und die sich dann im Prozess des Erstellens praktisch so ergeben. Da steckt oft kein tieferer Sinn dahinter. Ich mag es einfach, weil ich es schön finde. Ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist auch ein konkretes Produkt. Ich habe letztes Jahr mal 25 T-Shirts drucken lassen mit einer Grafik drauf. Ich habe früher immer gehört, hey, das sieht cool aus, druckst du mal auf ein T-Shirt. Ich wollte es mal ausprobieren, ob es Leute gibt, die das cool finden und tragen würden und habe die dann auch über meinen Online-Shop verkauft. Kam ganz gut an. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich weitergehe auf diesem Weg und vielleicht meine eigene Modellinie mache oder sowas. Das weiß ich nicht. Aber das kam letztes Jahr. Der zweite Teil, den ich zeigen wollte, sind themenbasierte Arbeiten. Das, wie der Name schon sagt, sind das eher so Sachen, die einen thematischen Hintergrund haben. Das hier ist jetzt ein Totenkopf, der irgendwie macht so gut wie jeder einen Totenkopf. Ich habe gedacht, ich mache auch mal einen. Und zwar so, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Meine Arbeiten sind relativ destruktiv. Deswegen ist dieses Teil auch ziemlich zerhauen worden, sagen wir mal so. Aber das ist auch, glaube ich, das, was es ein bisschen ausmacht. Genau. Das zweite ist, das war für einen Wettbewerb. Und zwar habe ich das eingereicht beim Off-Festival in Barcelona. Das ist eine Design-Konferenz. Und die findet jährlich statt und steht immer unter einem bestimmten Motto. Also, das hier war für 2012 und das Off hat einen, die bringen immer den Katalog raus und man kann Arbeiten einschicken und die Besseren wählen sie dann außen drucken sie. Das Motto war im Jahr 2012 Unown Disorder. Ein ziemlich dankbares Motto für jemanden wie mich. Ich habe vom Konzept her beruht das Bild auf dem Gegensatz von Ordnung und Chaos. Ich habe zwei Dreiecke gegeneinander gestellt, wobei man das obere noch als komplette sieht und das untere praktisch zerstört ist. Und man kann noch so erahnen, was es mal war. Das wurde dann auch abgedruckt. Genau. Das Bild ist eine meiner wenigen Fotomanipulationen. Das habe ich für ein Projekt von einem befreundeten Designer gemacht. Das Projekt heißt Gajan.me und das ist eine Community oder eine Website, die sich auf das Thema Naturschutz bezieht und praktisch aufmerksam machen will auf Naturschutz. Und die Vorgabe war halt einfach ein Bild zum Thema Natur oder weitläufig zum Thema Natur zu machen. Ich habe ein Foto von dem Berg genommen und den auch ziemlich zerfetzt, was natürlich diese Sache mit Naturzerstörung und so weiter nochmal ganz gut zum Ausdruck bringt. Ist erhältlich als Wallpaper. Der letzte Punkt ist Typografie. Ich habe festgestellt mit der Zeit, dass es sehr gut funktioniert, meinen Stil mit Typografie zu kombinieren. Sun ist, was ihr hier seht, ich glaube, das komplexeste Bild, was ich je gemacht habe und war wohl auch eines meiner populäreren. Das gab es ein Feature auf diversen Blogs und so weiter. Das Bild ist, ich glaube, ich habe drei Monate daran gearbeitet, ungefähr, bis ich zufrieden war mit dem Level an Details praktisch. Und ich finde, es ist ziemlich interessant geworden. Es gibt auch eine Hintergrundgeschichte, warum ich Sun, also Sonne, in ein schwarzes Bild packe, aber die erzähle ich jetzt nicht. Aber wenn es jemand interessiert, gerne nachfragen. Dann, nach dem Bild kam das Digital Arts Magazine aus England auf mich zu und meinte, Helge, willst du nicht ein Tutorial dazu schreiben? Habe ich erstmal gesagt, nö, mache ich nicht, es geht nicht. Dann meinten sie, also ich habe gesagt, nee, kann ich nicht, weil das Bild ist viel zu komplex, da kann ich kein Tutorial dazu schreiben. Dann meinten sie ja, willst du nicht ein anderes Typografie-Tutorial machen? Und dann habe ich das für sie geschrieben und praktisch in 20 Schritten einfach erklärt, wie ich diese Illustration auf der linken Seite erstellt habe, damit die Leser das nachbauen können. So, ich habe ein Bild noch dabei, das ist Hello. Hello ist ein neueres Bild, das ist eine Auftragsarbeit von der französischen Großbank BNP Paribas. BNP hat im Sommer eine neue Marke gelauncht, die Hello Bank. Und die Hello Bank ist eine reine Online-Bank und sie haben verschiedene Designer aus Europa eingeladen, ihr Wort, also dieses Hello zu illustrieren. Das Briefing war einfach nur großartig, ich glaube, jeder Designer hier kann mir da zustimmen. Das Briefing war einfach nur, mach irgendwas mit Hello und es muss blau drin sein. Es ist sehr dankbar, es war praktisch ein Traum, ich habe das gemacht. Und das wurde verwendet hauptsächlich, um die Marke in Social Media präsent zu haben und praktisch genauer die Marke vorzustellen. So, das war jetzt auch schon ein kleiner Überblick von den Sachen, die ich so mache. Wer mehr sehen möchte in meinem Portfolio, gibt es auf 8visions.net. Ich bin auch bei Twitter, Facebook und Behance. Zu guter Letzt noch kurz ein Wort. Ich habe ein paar Postkartengroße Ausdrucke oder Drucke dabei, die ich gerne loswerden möchte. Also wer was haben möchte, kommt kurz vorbei. Und ansonsten stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.